Sehr interessant finde ich auch, was Carolin Dumpe hier präsentiert. Das sind alles Arbeiten aus Zeitungspapier. Zeitungspapier als Box. Das erinnert mich an das Raumschiff der Borg. Gestapelte Zeitungen. Und hiermit schaffen wir den Bogen wieder zu unseren Häkelmäusen. Ein riesiger Wollknäuel, nur der ist tatsächlich auch aus Zeitungspapier gedreht. Großartig. Großartig. Großartig.